Die Erde ist viel umschraubiger und schwankt mehr, als sie es früher tat. Die Atmosphäre beschleunigt sich, die Erde wird langsamer. Der Erdkern wird heißer, der magnetische Mordwürfe ändert sich, die Sonne ist aktiver und älter, als wir früher dachten. Alles wird unvorhersehbarer und Menschen scheinen nur allzu gern die Dinge an ihre Grenzen zu treiben. Der verstorbene Karl Segen sagte, wir haben uns eine Zivilisation an der Städte, in der die wichtigsten Elemente ausschließlich auf Wissenschaft und Technik basieren. Und wir haben uns die Dinge so angerichtet, dass so gut wie niemand Wissenschaft und Technik versteht. Wir werden noch für eine Weile davon kommen, aber früher oder später wird diese entzündliche Mischung von Unwesenheit und Macht in unseren Gesichtern explodieren. Stellen Sie sich die Erdatmosphäre, auch bekannt als die Ionosphäre, als eine dicke Seifenklasse vor. Sie ist eine Membran, eine natürliche, elektrisch gesalte Abschirmung hängt um die Erde. Wir brauchen die Atmosphäre, um zu überleben. Ich denke, wir sollten nichts tun, um sie zu zerstören. Wie stand die Angelegenheit? Wie steht, der ist auch die Wälder? Es ist ein Wälder, ein Wälder auf die Drücken könnte. Das ist ein Wälder, die Wälder auch natürlich. Das ist ein Wälder, der wir lassen, was ein Wälder zu haben. Sie werden die Einwälder-Välder eine alternative Beziehung von Unwesamt. mit den mit dem die den die 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 ist der und zwar noch mit Nikolei und Tesla. Pentagon ist ein Röderabra, und zwar auch mit dem Anipulativen Vremenskijen. Schon seit 2005. die Amerikanische Vögel verabschiede ist wie generische Paderine, Maglu und Oluje und dass die Verabschieden Vremenskijen Vremenskijen wird auch mit der Technologien. Das ist die Amerikanische Vögel für die Verabschiede, die sich für eine klinische Komunikation und Spionage. HAARP kann man sich auf einem einen Karten auf dem Zemlige Kugel und beurteilt auf der anderen Karten. HAARP ist in der anderen Karten. Ich habe eine Verkarte, die sich in der Verkarte verwendet hat, die Dokumenten Aviosnaga zeigen, wie HAARP operativ ist. Das ist ein Leidist-Ekologist im Dezember 2007. Ben Livingstone, ein Fizikar Amerikanische Monarice, ist, dass Pentagon die Technischen Meteorologischen Rätung ist, ist, dass sie sich in der Verkarte gegründet haben, dass sie sich in der Verkarte gegründet haben. Ein amerikaner Minister Rotman, William Coyne, ist er im April 2007. Er hat sich amerikanische Vlöden in der Eko-Terrorismus, die sich auf die Klimas und die Erupung des Flughauses und die Elektromagnetischen Talos. Das ist eine ganze Zeit, nach dem neuen amerikanischen Vlöden, die amerikanische Vlöden, die auf die Flughafen und die Flughafen und die Flughafen, Das war, das war, das war, das war, das war. Nikola Tesla nie wollte das für die Masse-Nurne-Unişte, sondern für die Bezüge-Nurne-Küte, die er produziert und elektrische Energie, das für die Menschen schweig zu erlauben. Tesla niemals auf dem und erlaubt ihr ihre Rezultate. In diesem, die Niveau für das und andere Arrscher sind in der Famos-Nurne-Küte, nach dem Teslinien-Küte, nach dem Teslinien-Küte, die in den letzten Jahrhunderten, die die meisten Menschen-Küte. Die Schrauben ist ein von Edgar Kure, der sich die FBI-FB-FB-FB, der sich die Testung von Saba Kosanovic zu schädigen. Die Menschen wissen, dass sie das aus der Schrauben von der Wissenschaften sind, die sich die neue Amerikanischen Begründung an der Schrauben und die Sicherung von Edgar Kure und die Schrauben von Saba Kosanovic Die Schrauben von Saba Kosanovic und die Schrauben von Saba Kosanovic und die Schrauben von Saba Kosanovic Die Schrauben von Saba Kosanovic und die Schrauben von Saba Kosanovic und die Schrauben von Saba Kosanovic Die Schrauben von Saba Kosanovic und die Schrauben von Saba Kosanovic 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 10 Sekunden totalität. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. No, Warszawa szykuje się na przyjęcie, otwarcie metra. Tak wesoło, tak w Polsce, zadowolona Warszawa, już, 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 lada momentu. Otwarcie metra. Lada moment. 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 Das ist mir. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017